Der Klassiker. Sonnensegelfosten aus Edelstahl mit 101,6 mm Durchmesser und Augbolzen. Sehr große und schwere Sonnensegel auf der Terrasse oder im Garten befestigen. Sie möchten ein sehr großes und schweres Sonnensegel fest verspannt, stabil und zuverlässig am Edelstahlpfosten anbringen? Dieser Sonnensegelfosten aus Edelstahl mit einem Durchmesser von 101,6 mm, einer Wandungsstärke von 3 bis 4 mm und mit verschraubten Augbolzen ist hervorragend geeignet für die belastbare Befestigung von sehr großen und schweren Sonnensegeln. Karabinerhaken und Segelspanner aus unserem Angebot sorgen für eine einfache und zuverlässige Befestigung ihres Segels am Augbolzenpfosten. Die Verankerung der Pfosten erfolgt mittels Bodenhülsen in frostschutzsicheren Tiefen im Erdreich. Wir bieten Ihnen diese Edelstahlpfosten in acht verschiedenen Längenmaßen von 2,5 m bis zu einer Länge von 6 m an. Bei sehr großen und schweren Sonnensegeln sind neben der Auswahl des Pfostens auch die straffe Verspannung und ein optimaler Wasserabfluss entscheidend. Planen und installieren Sie Ihre Sonnensegelanlage mit verschiedenen hohen Befestigungspunkten. Diese erfordern den Einsatz von Pfosten in unterschiedlichen Längen. Je größer das Sonnensegel, desto steiler die Neigung. Erzeugen Sie eine Rochenform, ein sogenanntes Hypersonnensegel, indem Sie das Sonnensegel hyperbolisch, also leicht gedreht, aufbauen, für eine ausreichend straffe Segelspannung und einen optimalen Regenabfluss. Nebenbei gestalten Sie damit einen besonders attraktiven, kraftvollen und dynamischen Aufbau Ihrer Sonnensegelanlage. Fest verspannt, stabil und zuverlässig. Das praxiserprobte System für große und schwere Sonnensegel. Nutzen Sie die Augbolzenpfosten aus rostfreiem V2A Edelstahl mit verlängerter Produktgarantie von Pina Design. Untertitelung des ZDF für funk, 2017